Sehr hell hier. Ich bin gerade dabei noch ein paar Fotos zu machen für den 15. Und ja, so sieht es aus. Tisch für Fotos und Licht und eine Kamera, die ich in der Hand halte. Also, ja, bereitet euch für den 15. vor. Es sind noch 7 Tage. Ich habe gerade keinen Kalender nicht hier. Aber ich glaube es sind noch 7 Tage bis zum 15. und da seht ihr dann, worum alles geht. Auf jeden Fall habt ihr die Chance, diese drei Sachen hier zu bekommen. Am 15. Was das ist, das werdet ihr dann genau rausfinden. Ihr seht schon halbwegs, was es sein könnte. Aber ihr habt die Chance, diese Dinge hier zu bekommen. Aber im Moment habt ihr die Chance, auf Facebook drei Exemplare von Demi zu bekommen. Mein englisch in zwei Minuten Übungsheft, die fertigen Dinger hier. Drei Exemplare. Schaut einfach auf Facebook vorbei, da ist ein Post. Da könnt ihr, um das zu machen, müsst ihr den Post liken, in live liken, auf der Webseite. Und einen Kommentar mit einer Geschichte aus eurem englischlernen Leben. Und ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Und wir sehen uns einfach morgen zum neuen Video wieder. Also, Gewinnspiel auf Facebook. Drei Exemplare von Englisch in zwei Minuten. Dann bis morgen. Tschüss. Glockenze 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 Glockenze